So, wir werden heute für Christian und Natascha was kochen. Und zwar, dieses Pfannkuchengericht nennt man auf Ungarisch und auch auf Transkarpatisch, wie? Nelly, wie sagt man dazu? Na, eigentlich Balacinten sagt man hier, aber bei uns sagt man Balacinten, ja. Okay, dann legt die Nelly los. Also zuerst mache ich so eine Quarkfüllung. Das habe ich jetzt eigentlich in russischem Quark gekauft, in russischem Laden, nennt sich auch Moltenkäse. Wir tun jetzt mal so, als ob wir heute früh am Sonntagmorgen aufgestanden sind. Und es ist Stromausfall gewesen. Und jetzt haben wir aber so Appetit auf diese Balacinten, dass wir das einfach jetzt mal auf dem Spirituskocher nachher. Das ist wirklich Sonntagmorgen, das ist wie toll, nicht einfach. Auch dem Spirituskocher, den ich euch mal schon mal kurz vorgesprochen habe, versuchen wir das heute mal. Ob der das kann. Also du packst jetzt da den Schmand dazu, gell? Genau, ich pack noch den Schmand dazu. Alles Pi mal Daumen, oder? Ja. Aber gut, das ist eigentlich die Hälfte von der Schmand baten. Und wie viel, ungefähr wie viel Gramm waren das in dem Molkenkäse? 275. 275. Gut. Und was kommt da noch rein? Da kommt noch. Und den Zucker rein. Ein Päckchen, gell? Ein Päckchen, ja. Und das ist die Füllung dann hinterher, gell? Ja, aber ein bisschen Zucker mache ich noch da rein, so. Mehr ist das für, oder wie? Ja, Zucker, wo hatte ich ja lebe, wie viel. Ich tue dann schon mal hinzwischen den Spirituskocher vorbereiten. Ich habe die Buschbox hier aufgebaut, ohne das Zwischengrillblech, weil ich den 6 cm hohen Spirituskocher auf die Höhe einsetze. Und dann benutze ich den 7 cm hohen Spirituskocher auf die Höhe einsetze. Und dann benutze ich ukrainische Spischki. Und dann benutze ich ukrainische Spischki. Und dann benutze ich den 6 cm hohen Spirituskocher auf die Höhe einsetzen. Ja, ich habe hier den 1 cm hohen Spirituskocher auf die Höhe einschneiden. Nee, nicht nur mit dem 7 cm hohen Spirituskocher auf die Höhe einsetze. Es ist ziemlich. Also Messpicher ist schon praktisch, ohne Waage grob das abnässen kann. So und dann nimmt man einen halben Liter Milch. Und da hast du dann noch vier Eier, auch ein bisschen Salz, Zucker und Vanillezucker. Vielleicht so ein bisschen Zuckerluss dazu. Also auch im Teig Zucker. Machst du in den Teig das Öl oder nur zum Backen? Man könnte auch in den Teig das Öl, aber ich mach es schon. Mhm. Und du hast einfach mit dem Schneebesen den Teig jetzt gewöhnt, oder? Ja, genau. Nicht mit Mixer, weil es ja ohne Strom geht. So, jetzt wird die Pfanne vorgeheizt. Also da brennt richtig gut jetzt. Schön blaue Flammen. Ja. Der geht jetzt gut. Ja, ein ganz anderes Ergebnis. Ich musste inzwischen nachtanken. Und jetzt füllt meine Frau diese Pfannkuchen für Palatschinken mit der Molken-Quark-Art-Hüttenkäsen-Füllung. Dann werden die so überlappt eingerollt. Und werden anschließend vier Stück Pappen nochmal in eine Pfanne, werden dann noch nachgebraten. Jetzt kommen die nochmal reingelegt und werden nochmal von beiden Seiten angebraten, quasi nachgebraten. Das brutzelt schön. Durch den Vanillezucker auch noch einen besonders leckeren Duft. Ja, ja. Wir gehen schnell. Mmmh. Trutzfleckbraun. Goldbraun. Will er jetzt? Ja. Ja. Gut. Der geht geradeaus auch sowieso. Ist leer. Das wird gerade reichen. Das wird gerade reichen. Gut. So, mit selbstgemachten Marmeladen und ein bisschen Puderzucker bestreut, haben wir jetzt das Endergebnis vor uns liegen. Mmmh. Mmmh. Fein. Das ist die von diesem Jahr die Erdbeermarmelade, gell? Mmmh. Österreich-ungarische Küche, gell? Mmmh. Mmmh. Guck das mal an. Lecker. Danke, Nelly. Bitte, bitte. Danke, και schau.